So, und es geht weiter mit Let's Play Cow-Round 2 The Kangaroo. Wir sind immer noch an diesem Piraten-Typen. Und ich hab's ja letztes Mal... ja... ...war ich ja schlecht, deshalb muss ich das jetzt nochmal machen. Na, komm schon. Ach, komm her, du Depp. Autsch. Wir müssen sparsam mit unserem Leben sein. Ha. Boah, ey, diese Typen nerven mich. So, und jetzt kommt unser Holzbein-Pirat. Ja, den mag ich, der ist cool. Ha. Wo ist hier? Da ist es okay. Los, komm. So. Erste Runde. Wie immer sind es drei Runden, also... ...kamen jetzt nicht diese Vögel? Ja, okay, da sind sie schon. Ah. Na, komm. Ich hab diesmal keine Lust hier wieder... ...mit euch meine Zeit zu verschwenden. Ha. Ach. Los, jetzt komm her, du scheiß Vieh. Nein. Wieder daneben. Na. Hallo? Geht's noch? So. So. Ach, und da kommt er wieder. Unser Freund, der Pirat. Komm. Wo ist der eigentlich? Ach, da. Ah. So. Okay. Das müsste jetzt die letzte Runde sein. Da kommen die Typen wieder. Ah, wie ich sie esse. Ha. Ha. Na komm, wo ist der Nächste? Autsch. Ach, komm schon her. Ja, klar. Jetzt kommen sie wieder zu zweit. Glaubt ihr, ihr seid zu zweit stärker als ich? Autsch. Ach, ja, klar. Guck mal bitte... ...diese blöde Kamera sich aufhängt zu drehen... ...die wird schon schwindelig. Ja, ich hole mir dann mal eben das Leben, ne? Boah, ey. Ich hasse dich, du Fettwarns. Ja, klar. Jetzt komm doch her, du... Oh, ey. So, geht doch. Jetzt müsste zum letzten Mal dieser Pirat kommen. Ach, und da hört man ihn auch schon. Klack, 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 klack. Jetzt komm schon her. So, geht doch. Na komm. So. Oh, wow. Wir sollten da lieber nicht ertrinken. Haha, besiegt. Okay, wir haben gewonnen. Jetzt verpissen sie sich. Haha, und er hängt hinten am Fass. Wie geil ist das denn? Haha. Ne, ein Baumsturm ist das oder was? Oh mein Gott. Okay. You don't turn that. Wo gehst du hin? Hast du das Geld? Ach, der wieder. Hier ist dein Geld, muskelbepackter Affe. Ich hab keine Zeit, nicht mit dir herumzuschlagen. Muskelbepackter Affe. Ist ja geil. Die verlassene Stadt. Okay. Ach, jetzt kommt dieses Level. Was musste man hier nochmal machen? Ach ja, ich weiß schon wieder. Wir müssen die Kiste sprengen. So, und dann müssen wir uns hier nämlich einschleichen. Bei diesem Kran. Wir tun so, als wären wir auch eine Kiste. So. Was ging noch hier weiter? Ja, okay. Ah. So. Jetzt können wir da wieder durch. Ah. Okay. Wow. Keine Ahnung, was wir jetzt freigeschaltet haben, aber zu irgendwas wird's schon gut gewesen sein, also. Wahrscheinlich diesen Pfad zu nehmen. Ah, Aufzug, was auch immer. Ach, egal. Oh, oh. Oh, nein. Na, klar. Ja, Hilfe. Wow. Auch das noch. Okay. Ah. So. Wie jetzt denn? Ach. Ach. Okay. Okay. Okay.